Der lustige Hamburger, Tanz in der Mezzo, Musik Joe Alex, Akkordeon-Arrangement und Solo Adalbert Deuringer, in Memoriam Joe Alex, Kapellmeister, Komponist und Akkordeon-Solist, geboren am 23. Februar 1895, verstorben 1973. Auch längst vergessene Komponisten haben diese Würde verdient. Aufnahme Studio Deuringer, Juli 2018, allen meinen Akkordeon-Freunden gewidmet. Liebe Grüße an Marga Helene, Eva Erkenberg und Werner Augustin Junkel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020